Ja, ja, ich geh richtig ab. Wo muss ich hin? Einmal durch die dunkle Tür. Ich hoffe natürlich, dass die langstöhnen, damit es irgendwie, damit ich so Melodien machen kann. Die Idee von Sounds Off ist ja, mit dem Künstler an einen Ort zu gehen, der besonders viel bedeutet und den dann zu vertonen. Also wir gehen an den Ort und sammeln die typischen Geräusche dieser Umgebung ein, nehmen die dann mit und machen im Studio daraus nachher einen Track. Und nun passiert die Magie. Nimm schnell auf! Nimm schnell auf! Mit Klick, schnell! Mit Klick! Mit Klick wieder an! Mit Klick! 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 Mit Klick!